www.dennisdental.com Ihre Zahnklinik in Ungarn. Deutsche Qualität und super Preise. Keramikronen für 160 Euro und Implantate ab 550 Euro. www.dennisdental.com Herzlich Willkommen in der Deniz- und Fokus Zahnklinik in Moson-Magyarovar. Moson-Magyarovar liegt neben dem schönsten Ferienort der ungarischen Schützinsel, die die grösste Inselwelt Ungarns ist. Die Stadt und die Umgebung bieten für die Naturliebhaber vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten. Das einzigartige Wasserlabyrinth ist ein Paradies für Ruderer, Angler, Jäger, Freunde des Wassersports können Bootstouren unternehmen. Der Radweg der Schützinsel ist ganz ausgebaut. Mehrere Reitschulen warten auf Pferdelibhaber. Das Gebiet ist auch zum Baden und Wandern ideal geeignet. Ein Anziehungspunkt der Stadt ist das High-Thermalbad, ein Umfeld zum Wohlfühlen. Den Weg zu unserer Klinik in Moson-Magyarovar können Sie mit dem Zug, mit Flugzeug oder auf der Autobahn zu schaffen. Deniz- und Fokus-Zahnklinik ist eine der besten Zahnkliniken in Ungarn, die auf ästhetischer Zahnersatz spezialisiert ist. Als Patient sind sie bei uns bestens aufgehoben, weil alles stimmt. Seit die Krankenkassen viele zahnärztliche Behandlungen nicht mehr zahlen, suchen Patienten neue Wege und die führen immer öfter nach Ungarn zu uns für neue Zähne. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Italien kann man die Zähne gar nicht bezahlen, denken immer mehrere. In Dennis- und Fokus-Zahnklinik arbeiten deutschsprachige Ärzte auf höchstem europäischem Niveau. Die Behandlungskosten liegen hier bei rund ein und Drittel. Kommen immer mehrere Patienten aus Ausland mit den Gedanken, ich fliege in anderes Land, wo ich dieselbe Qualität für besseres Service preiswert anfertigen lasse. Ihre Vorteile bei uns als Patienten liegen auf der Hand. Deutschsprachige Spezialisten aus den Fachgebieten der Implantologie, Prothetik, Zahnästhetik, Anästhesie und Zahntechnik unter einem Dach. Professionelle Bereitschaft des Praxisteams, deutsch sprechender Personale erwartet sich. Bei uns sind kurze Wartezeiten, kostenlose Veruntersuchungen mit ausführlicher Beratung, kostenloser Abholdienst während der Behandlung, die Ausfertigung des Heil- und Kostenplanes zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse und die Benutzung unseres hauseigenen, kameraüberwachten Parkplatzes. Das oberste Gebot unserer Klinik und unserer Fachjärzte ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Behandlungen werden immer, soweit es möglich ist, ohne Stress und Schmerzen durchgeführt. Unsere Zahnärzte und Mitarbeiter sind sehr freundlich, kundenorientiert und nehmen sich im Vorgespräch eher Zeit. Kontrollierte Organisations- und Behandlungsabläufe ermöglichen eine kompetente Beratung, Behandlung und kontinuierliche Betreuung. Ständige Fortbildungen ermöglichen stets, auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bleiben. Auch ist es für Sie als Patient eine wunderbare Sache, wenn Ihnen unser Zahnarzt per Intra-Oral-Kamera am Multimedia-Bildschirm das vergrösserte Bild Ihres Zahns, die defekten Stellen zeigen und die Behandlung erklären kann. Unsere Zahnklinik verfügt moderne Ausstattung, Das bietet Vorteile, wie erhöhte Sicherheit, bessere Behandlungsergebnisse, sowie schonendere und schmerzlosere Verfahren. Unsere komplette zahnmedizinische Gründausrüstung stammt von deutschem Weltmarkt für der Karbon. Die Lohnkosten sind hier in Ungarn sehr niedrig. Die Preise transparenter als im Ausland. Sämtliche Materialien und Geräte entsprechen dem EU-Standard, aber die Preise sind bis zu 50-70% günstiger bei uns. Wir haben ein integriertes Labor, was einen großen Unterschied macht. Beste Kooperation zwischen Zahnarzt, Mitarbeitern und Zahntechnikern ermöglichen für unsere Patienten die beste Zahnersatzanfertigung. Es gibt unzählige Hersteller von Zahnersatzmaterial. International gelten die Produzenten aus dem deutschsprachigen Raum als führend. Die von uns verwendeten Materialien bieten höchste Qualität in der Verarbeitung, Haltbarkeit und Ästhetik. Bego, Vita, Herauskulzer und Ammann-Girbach aus Deutschland, GC Europe aus Belgien, Elsa aus Österreich, IvoClar und Vivadent aus Lichtenstein gehören zu den renommiertesten Herstellern. Vollverblendete, allergiefreie Kronen, Brücken, Inlays, Venias aus Zirkonium. Praktisch jeder Zahnersatz wird so auf höchstem Qualität und Effektivitätsniveau optimal hergestellt. Auf alle von unserer Klinik durchgeführten, prothetischen Arbeiten gewähren wir eine Garantie von drei Jahren. Unsere Kunden erhalten nach Abschluss der Behandlung eine schriftliche Bestätigung in Form eines entsprechenden Zertifikates. Neben der guten Qualität, Dienstleistung und Preise spricht Ihnen ein gutes Service für uns, die Kundenbetreuung. Das nimmt Ihnen die Angst, weil Sie besser verstehen, was da vor sich geht. Natürlich gibt es angenehmere Dinge als eine Zahnbehandlung. Doch ein entsprechendes Ambiente, freundlicher Service, geduldige Erläuterungen machen Ihnen die Behandlung bei uns transparent und helfen Ihnen, die Behandlung positiv hinter sich zu bringen. Wir erleben es oft, dass sich Patienten sogar auf ihren nächsten Besuch freuen. Lassen Sie sich von Deniz und Fokus Zahnklinik behandeln und hoffentlich werden Sie Ihre Zufriedenheit am Ende der Behandlung mit einem strahlenden Lächeln danken. Das ist ein inhalt. Das ist ein inhalt. Vielen Dank.